In diesem Film lernen Sie verschiedene Varianten kennen, um Zeilen und Spalten einzufügen bzw. zu löschen. Wie in den meisten Fällen führen auch hier wieder viele Wege nach Rom. Wir zeigen Ihnen die kürzesten. So fügen Sie eine Spalte ein. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Spaltenkopf und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag Zellen einfügen. Analog verfahren Sie beim Einfügen einer neuen Zeile. Variante 2 ist das Symbol Zellen einfügen im Register Start. Auch zum Löschen von Zeilen und Spalten stehen Ihnen sowohl Kontextmenü als auch Symbol zur Verfügung. Aber der kürzere Weg führt eindeutig über das Kontextmenü. Klicken Sie wieder den Zeilen- bzw. Spaltenkopf mit der rechten Maustaste an und wählen Sie Zellen löschen. Zum Schluss noch ein Tipp. Excel fügt genau die Anzahl an Zeilen oder Spalten ein bzw. löscht genau die Anzahl an Zeilen oder Spalten, die Sie zuvor markieren. Um also mehrere Spalten oder Zeilen einzufügen bzw. zu löschen, gehen Sie so vor. Markieren Sie die Zeilen bzw. Spalten, vor denen Sie die neuen Zeilen bzw. Spalten einfügen möchten. Klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Markierung und wählen Sie Zellen einfügen bzw. Zellen löschen. ! nh !! z